Moin Leute, wie ihr im Hintergrund seht, yes, wir sind heute wieder auf dem Server, bzw. was ist das wieder? Zum ersten Mal auf dem Server und zwar werde ich heute einen Server vorstellen bzw. diesen ganz einfach bewerten und ja, Verbesserungsvorschläge äußern und das Ganze heute mit dem Ada. Moin Leute! Ja und was haben wir erstmal hier? Wir haben einen Teleporter, wo wir uns hin und her deportieren können und Spiele anzeigen und verstecken. Gadgets natürlich, alle Farben und so weiter und so fort, ist aber auch, denke ich mal, verständlich. Und das Freundesystem ist eigentlich, äh, ja, an sich auch nichts besonderes. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten Game an. Skyros funktioniert leider nicht, aber Lucky Race an sich funktioniert, glaube ich. Und zwar ist es einfach ganz normal, ja, ganz normal eine Warte, glaube ich, und ganz normal auch, ähm, ja, Lucky Race, wie man das auf anderen Server kennt, äh, sprich für Reny MC oder sowas. Aber ich werde es hier ganz jetzt hier nicht zeigen, weil ich, ja, wie gesagt, nicht die passenden Mittel dazu habe oder nicht so lange warten kann, besser gesagt. Und deswegen gehen wir direkt zum nächsten Spiel rüber und zwar zur QSG. So, jetzt warten wir nochmal die 60 Sekunden einfach mal und, ja, gucken wir, wie die Runde so sein wird. Boom, da sind wir auch schon ein QSG und der Chess tut. Ich habe gerade schon eine Testrunde gespielt, deswegen, ich kann sagen, der ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Sieht man jetzt vielleicht auch, also, können wir natürlich noch ein bisschen mehr verbessern, aber, also ich gehe da schon, ja klar. Gefällt mir an sich. Und jetzt können wir noch Ada suchen und hoffen, dass wir ihn gleich auch ziemlich schnell töten. Nicht wahr, Ada? Ja, also, den Chess los finde ich auch gut, äh, danke der Nachfrage auf jeden Fall. Äh, kein Problem, immer gerne. Ähm, ja, ne. Ja. So, wo bist du denn, Ada? Wo bist du denn? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Ne, also, ja, natürlich. Gold Apfel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, nee, nichts dazu zu sagen. FFA gucken wir aber auch nochmal kurz rein. Und zwar ist es hier gerade Nacht, aber, äh, man sieht hier, äh, die Kids werden gechanged. Und das ist auch mal schon eine richtig coole Sache. Das heißt, man hat jetzt jede zwei Minuten ein neues Kit und, äh, das ist richtig geil. Also, es sind auch richtig viele Kids hier drin. Sub-Kids und so weiter und so fort und hat auch Variationen von diesem Kit. Ist halt aber simpelster FFA im Endeffekt und vielleicht auch zum Erwähnen, beziehungsweise sollten wir mal erwähnt haben. Und, ja, falls ihr Bock habt, auf den Server zu zocken, äh, guckt mir mal kurz in die Beschreibung. Dort ist die Server-IP verlinkt und ihr könnt dann hier ein bisschen Spaß haben in dem Server. Oder, Ada? Ja, klar. Also, ich hab gerade meinen Spaß, weil ich kann mich gerade so easy durchnehmen. Alles klar. Wie gesagt, falls das ganz gefallen, würde ich mich freuen. Wenn ihr vielleicht mal einen Liked anlasst und schaut auf jeden Fall bei Ada vorbei, ganz wichtig hier. Moin, Leute. Und bis dahin, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.